Vor ungefähr drei Monaten habe ich mir so Socken gekauft und zwar da gibt es jetzt eine ganz neue Generation Socken. Und zwar das sind so Socken mit denen kann man alles machen. Das hat es früher noch nicht gegeben. Das sind vom Material her anscheinend anders. Ich habe keine Ahnung was da drin ist. Auf jeden Fall sind die so, dass man mit diesen Socken alles machen kann. Ich bin jetzt mit denen schon, ich schätze bestimmt, ich weiß gar nicht, aber ich glaube fast 2000 Kilometer Auto gefahren. Und ich habe es auch oft beim Sport an. Und beim Radlfahren habe ich es also so dauernd an. Und dann war ich sogar mit meiner Frau mal im Theater, habe ich es auch angehabt, die Socken. Und einmal noch in der Oper. Und die Socken, die tragen sich so super, egal ob Oper, Sport, Theater oder so, deine Socken ist es völlig egal. Die sind immer top. Das ist also wirklich ein Socken, ich würde sagen, ein Socken für jeden Anlass. Das ist irre. Ich habe noch nie vorher so einen Socken gehabt. Allerdings habe ich gehört, die sind also sehr empfindlich, die halten nicht so lange wie andere. Aber das ist mir im Grunde egal, weil wenn ich einen Socken habe, der für alles geht, also auch für die Gartenarbeit oder Radl-Tour oder so. Also mir, ich war zum Beispiel jetzt, letzte Woche war ich mit meiner Frau, da hat es sich so ergeben, zweimal beim Italiener, beim Essen am Abend. Da habe ich es auch gehabt. Und einmal waren wir noch beim Griechen. Das war allerdings jetzt vorletzte Woche schon. Und da habe ich es auch gehabt, die Socken. Und die tragen sich, das ist irre. Also ich weiß gar nicht, wie es so etwas gibt. Die haben noch nie vorher so einen Socken gehabt, der so haltbar ist und der so einen guten Fuß macht. Das ist egal, ob es jetzt da sitzt. Zum Beispiel beim, ich war beim Essen, dann habe ich sie runtergeschaut, mir ist auch aufgefallen. Dann ist mir die Hose, ich habe jetzt nach oben gerutscht, wenn man sitzt. Dann habe ich runtergeschaut, der Socken, der ist, der steht da wie eine Eins. Also, ah, wäre ein geiles Teil. Wie gesagt, war nicht billig, muss ich auch sagen. Ist kein billiger Socken, also kein so irgendwie, was weiß ich, wo der herkommt, sondern ein Reise- und Wandersocken und Sportsocken und ein Essengesocken, Ausgesocken, par excellence, kann man wirklich sagen. Und jetzt ist es so, dass ich vor drei Monaten ungefähr habe, ich habe ihn jetzt mal genauer angeschaut, weil ich habe ihn ja jetzt drei Monate jeden Tag angeschaut. Und der Socken, der stinkt wie die Sau, aber dem Socken an sich fehlt nichts. Ah, toll. Das ist ein toller Socken. Kann ich wirklich nur an jedem empfehlen. Und wie gesagt, drei Monate ist ja auch eine ganz schöne Zeit, wenn man so einen Socken hat. Gestungen hat er schon, aber das macht der andere billige Socken genauso.